Pi-Ko-Pi-Ko-Low Runks-Trunks Hättet ihr vielleicht mal wieder... Ach, scheiß drauf. Ich guck mir erst mal an, wie meine Attribute verteilt sind, bevor ich da weiter irgendwas mache. Krampf starten! Okay, diesmal werde ich garantiert nicht die Extra-Zeit aktivieren, glaube ich, weil... Dazu müsste ich die hier mal schneller fertig kriegen. Das kannst du, glaube ich... Klingeln, lingeln, 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 lingeln... Klingeln kannst du das, dass das hier unterhalb von, weiß ich wieviel Minuten, passiert. Ist die schon fertig? Ah! Ah! Tut doch nicht so. Einer ist noch da. Achso, ihr habt ihn besiegt. Dann gehen wir erst da rein. Ödnis! Ich hatte irgendwie gehofft, dass ich gleich mehrere erwische und nicht nur einen. Ja, da kommen die Boni-Pflanzen-Männer an. Scheiße! Das bringt nicht viel, wenn du ein Portal anvisierst, Louis. Das ist total scheiße. Ah, da ist der Letzte gut. Ich glaube, die grünen Portale zeigen an, wo man noch nicht war, oder? Kann das sein? Ist im Prinzip sehr hilfreich. Da haben sie gut verbessert, muss ich meinen. Weil die Dinger zu finden war a, immer ein Krampf und b, zu wissen, wo du schon drinnen warst, war auch ein Krampf. Sehr schön. Finde ich gute Verbesserung. Ihr könnt mir ruhig folgen. Ihr müsst nicht einfach da bleiben, wenn ich an euch vorbeifliege, ja? Ich bin nicht einfach da. Zieht deutlich mehr ab, habe ich so den Eindruck. Na, und es kommen noch mehr. Neuer Feind. So, hier noch drei und dann nochmal in der Ödnis drei. Alle auf einem Fleck bleiben und frisst das. Habe ich wenigstens gleich mehrere erwischt? Ich glaube nicht. Boah, ernsthaft? Okay, haben wir noch einen? Nö, ich glaube nicht. Okay, da sind die letzten drei. Wo sind sie? Ach da, da seid ihr. Du bist ein Arschloch, dass du einfach so meintest, du musstest hier raus. Komm, es sind so ein paar graue Pflanzenmänner, die werde ich doch wohl kleinkriegen oder nicht? Mist. Cool, es hat sogar gereicht. Genial, wo ist er? Komm her, ein Appa! Gib mir deine Seele! Muss mal nachgucken, ob es die hier überhaupt zu gewinnen gibt. Wäre vielleicht besser, bevor ich die verlange. Es gab gar keine Seele, keine Ausrüstung, kein gar nichts. Schade. Geschafft. Z, immerhin. Arroganter Kleiner, es gab doch eine Seele. Cool, und Meteorangriff. Yeah. Teilweise echt coole Freeze-Frames, die wir hier haben. Ja, hier habe ich alles bekommen. Ich habe keine Ahnung, ob wir hier noch alles haben. Glanzschuss. Und... Jauuuu! Radnetzen aber Vegeta und haufenweise kleine Viecher und dann werden sie am Ende wieder alle aufstehen, ne? War doch so. Ich habe aber gerade keine Lust. Deswegen mache ich einfach was anderes. Zum Beispiel. Da ist was rotes. Hey Kai! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Es scheint, als hättest du alle große Zeitspalte besucht. Hehe. Ich wette, du warst überrascht, dass das Ausmalte dieser Spalte... ist überwältigend, oder? Und die Eneste ist ziemlich selten, sie sieht ziemlich seltsam aus. Nicht wahr? Die Geschichte wurde stark verzerrt, sodass eine alternative Geschichte entstanden ist, die sich langsam ausbreitet. Zum Glück sind die Änderungen an der Geschichte auf diese Spalte beschränkt und haben noch keine anderen Gebiete erfasst. Es ist allerdings unklar, wieso sich überhaupt gebildet haben diese Dinger da. Bums. Deshalb wollen wir, dass du der Sache nachgehst. Die anderen Zeitspalten erscheinen noch gefährlicher zu sein. Dieses Gespräch sollten wir zu einem anderen Zeitpunkt führen. Bla. Nun ja. Es war auf jeden Fall gute Arbeit. Als Belohnung möchte ich dir das hier überreichen. Ich kriege was? Cool. Ich freue mich darauf, wieder mit dir zu arbeiten. Toll, ich habe eine Energiekapsel bekommen. Genial. Ich raste aus. Wow. Mal gucken, ob der alte Sack mehr hat. Lustig wäre, wenn ich jetzt diesen Stein finde, den die am Tchuh runtergeschmissen hat. Und irgendeine andere arme Sau die ganze Zeit über den Stein sucht. Siehst du, schon habe ich gerne mal gemeine Gedanken geäußert. Kriege ich die Quittung dafür. Das Universum ist schnell. Ich will ein anderes Gefährt. Eins, das man besser steuern kann. Als diese Luftschüssel hier. Oder nein, noch besser. Ich will meinen Flugausweis. Durch die Beleuchte sieht das so aus, als hätte mein Schwanz mehrere Farbschichten. Auch nicht schlecht. Und wie war es, eine Legende zu treffen? Das ist ziemlich überwältigend, findest du nicht? Du hast noch viel Potenzial, nicht zu entwickeln. Aber du hast schon große Fortschritte gemacht. Du sollst dich nicht unter Wert verkaufen. Ich habe es schon mal gesagt. Es gibt noch viel zu tun. Bitte kümmere dich um die verbleibenden Änderungen der Geschichte. Zeitpatrouille. Ja, klar. Komm. Okay, viel Glück da draußen. Geh rüber zur Zeitkammer, um loszulegen. Nee, Mann, du schickst mich gerade da hin, weil sonst wäre das nicht ausgeblendet worden. Ah, die Sache mit Namik. Idiot! Geh raus! Jetzt! Hör! Gedoria. Zabon, schau mir deine Macht. Die beiden gab es im letzten Spiel auch nicht. Alleine? Na gut, versuche ich's. Mal gucken, wie oft man sich frustriert das Spiel beendet. Yay, die gute alte Namikkarte. Solar Flare! Ja, meine Augen! Meine Augen! Ich dachte, du könntest wegkommen, oder? Aha. Okay, ich nehm den fetten, du den aneinander. Grinst nicht so blöd. Ha! Wie witzig, komm. Du bist also Dodoria. Hallo, Dodoria. Einmal in den Himmel. Scheiße. Wo ist eigentlich Dodoria hin? Ist der jetzt geflohen, oder wie? Wie? Ach komm, du weißt, du willst mir folgen. Weiter, weiter, immer weiter. Na komm, das kriegt er hin, oder? Da braucht er meine Hilfe nicht. Gut. Gut. So, in the end, history will continue as normal. Shouldn't you be coming back home? Hm? Hm? Oh. Lord Slug, der böse Namikianer, reduziere Slugs Gesundheit um eine bestimmte Menge. Das ist das, was ich jetzt im Rei Auto zu finden. Du bist ein Time Patroller, aber du kommst nie zu beherkommen. Oh, ja. 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 Er ist, er ist ein Succo, der Bösehälfte des Oberältesten, quasi der Piccolo von Namek, auch wenn es nicht wirklich Sinn macht, aber... Fühlt mich nett, dass sie erst dem Strahl ausweichen und dann doch wieder reinfliegen. Du bist doch mal da, Trunks, ja? Hinterher, los! Und ich sehe echt nicht mehr durch. Ich meine, müssten sie sich nicht mal für eine Haarfarbe entscheiden? Wir haben jetzt hier zwei verschiedene Trunks mit zwei verschiedenen Haarfarben. Warum? Also ich meine, im Prinzip sind sie beide der Zukunfts-Trunks, deswegen, ich sehe da nicht mehr durch. Okay, gut, dass ich doch noch nicht weg bin. Okay, dann kille ich die! Ja, richtig. Aua! Ich mach' ihn denn mal alle, ja, Vegeta? Danke. Boom. Aufgeschlagen ist er. Wie, nur ein B? Keine Ahnung, sah aus wie Freeza. Jetzt hab' ich ihn schon in den Arsch getreten, als er auf der Erde war. Gut work out there. Time has returned to its natural course. We did some research and found that the pair manipulating history are some pretty serious criminals. Turles is one of the last remaining Saiyans. He leads the Crusher Corps in their devilry. Slug leads an army of demons and has conquered a number of planets. Those two, Goku defeated them both in different histories. I'd say, they're probably out seeking revenge. Trunks has been after them, but hasn't been able to catch them quite yet. There must be some way we can stop them. Right. We have to think. But I have other things to do. You go ahead and work that out. Hey, were you even listening? We're supposed to be working together. Yeah, I know. But I'm really busy, okay? Vomit? Toki Toki is going to lay an egg soon, so I have to make sure everything is ready for when it arrives. Ah, yeah. Oh, how about that? Congratulations, then. Toki Toki is a divine bird that manipulates time. His eggs hold the time for a brand new universe. To put it simply, Toki Toki's eggs have the power to create time itself. That's why making sure Toki Toki produces healthy eggs is so important. It's one of the... Hahaha, to think I'll actually get to see the start of a new history. So anyway, I've got to go now. Oh, wait, we're still don't have a plan. Reinseppen, draufhauen, so wie immer. Sag ich doch. Well, I suppose, but... Ech, looks like brute force is all we've got. Yep. We've both got it rough. Just do your best. Natürlich. Wie immer. So, was haben wir denn jetzt hier? Hu, 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 hu. Online-Modos. Kann ich jetzt also auch spielen. Mhm, 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 mhm. Bla, 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 bla. Aber weißt du was? Ich würde mal sagen, das war's für dieses Mal. Das sind, glaube ich, schon vier Stunden oder so. Und ja, zumindest drei. Und bevor ich mich in die nächsten Missionen stürze, machen wir ein anderem Mal weiter, ne? Von meiner Seite aus, denn als dann, bis dann. Kratz, kratz. Yes.